Sura 106, Quraysh, die Quraysh, offenbart zum Mekka, vier Ayat. Im Namen Allahs, des Allerwahrers des Barmherzigen, für die Vereinigung der Quraysh, für ihre Vereinigung zur Reise in der Karawane des Winters und des Sommers. So sollen sie denn dem Herrn dieses Hauses dienen, der sie speist, nachdem sie gehungert haben und ihnen Sicherheit gewährt, nachdem sie in Angst lebten.